Sehr geehrter Herr Ratspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, heiss, brenzlig und unangenehm und nervig für die Bevölkerung, für Pendler, für Detailhändler, für Gewerblern und für Gastronomen wird er geschäftsschädigend werden. Heiss, brenzlig und unangenehm. Heiss, brenzlig und unangenehm. Heiss, brenzlig und unangenehm. Heiss, 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 brenzlig, 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 geschäftsschädigend, geschäftsschädigend, unangenehm. Wird aber ganz ein cooler Tag werden für die Velofahrer, denn wird die Superparty steigen. Superparty steigen. Superparty steigen. Superparty steigen. Ja, die Critical Mass ist nämlich nichts anderes als eine rollende Party. Ja, die Critical Mass, ich nehme die nichts anderes als eine Superparty. Wer schon mal dabei war, kennt die leckere Stimmung, die gute Musik, die voran geht, die perfekte Organisation. Es ist ein perfektes Velo-Happening. Es ist ein perfektes Velo-Happening. Nur, das Ganze ist illegal, weil alle Verkehrswege werden blockiert. Und zwar für alle. Und zwar für alle. Und zwar für alle. Es ist ein perfektes Velo-Happening. Und zwar für alle. Die gute Musik, die voran geht. 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 Das Ganze ist illegal. 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 Illegal! Super Party! Super Party! Super Party! Untertitelung des ZDF, 2020